Der Samstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite, aber wer einen Ausflug plant, der sollte besser einen Schirm einpacken. Es heißt, der Regen kommt bestimmt. Der Samstag startet bewölkt. Im Laufe des Tages gesellen sich Regenschauer dazu, die bei 26 Grad bis in die Nacht hinein anhalten. Die weiteren Aussichten sehen nicht viel besser aus. Auch am Sonntag fällt immer mal wieder leichter Regen. Der Montag ist in den Morgenstunden noch freundlich, doch das ändert sich bereits in den Mittagsstunden. Wieder ist Regen angesagt. Am Dienstag wird es dann langsam wieder besser, Sonne, Wolken und Regen im Wechsel.